so und damit hallo und herzlich willkommen hier bei danny 27 tv dem toto und dem kevin hallo hallo ihr seht es wir haben 1 uhr 18 nachts 1 19 mittlerweile und wir geben uns jetzt mal auf mysteriöse weise auf eine abenteuer tour in der nacht dann kommt man mit deswegen deswegen jaulen die die wölfe ich habe das habe das hier echt cool entdeckt also wir müssen uns unbedingt mal zeigen die jungs wissen selber noch nicht was auf sie zukommt denn ich musste das selber erst mal verdauen dass das das also wahnsinn also wir sind hier auf der ravenport karte also sind jetzt gerade ihr seht ja wo wir sind bei feld 6 und wir packen hier einfach mal hier so ab da sucht sich das noch platz zu fragen laufen wir mal den weg hier langsam hoch ja das ist der wahnsinn was sind eigentlich der mond und daher ist jetzt hier vollmond die jungen alle an und ja also wahnsinn also wenn noch mal einer angstdurst hat oder sowas hier können wir am wasserspender drei euro reinschmeißen können man schon trinken ja guck guck guckt euch das mal an heute da 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 leuchtet ist so komisch grün das ist wahnsinn äh ok seht ihr das lol guck mal da ist auch eine lampe aber die 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 ist aus wenn du genau hinguckst also ok also ist der wahnsinn und äh äh geht mal vorsichtig hier rein guck mal da ist eine klappe und ein loch pass auf dass keiner reinfällt pass auf dass keiner reinfällt nein ey Kevin nicht schubsen oh scheiße jetzt bin ich hier rein ach Kevin ey da unten da unten bewegt sich was Leute Leute guck mal oh da unten guck mal da wir sind hier ich schwörs euch Leute wir sind im LS19 ihr habt es gesehen da unten bewegt sich etwas dann wieder blau na pass mal auf du lass mich mal davor gehen hier ihr seht wie tief das doch untergeht ich hab da aber guck mal unten bewegt sich was Leute ich hab hier echt voll Panik ne also ich hab mich auch nicht getraut alleine rein zu gehen ne leute also ich hab gedacht ich muss das mit euch machen und wenn wir jetzt hier so sind hier ist hier ist Wasser Vorsicht Toto nicht dass du da nicht so ersäufst und da hinten noch was da ist nochmal grün ach du scheiße und darf euch vorstellen unser neuer geheimen Tunnelgang der Männerraum für die Männer wo die Frauen mal nicht wissen wo wir sind ja Leute ähm hier hat sich wohl einer einen Strandplatz gebastelt und alter wie geil ist das denn Wahnsinn oder vor allem auch dieses Wasser das sieht so geil aus ne ja das ist also wie 1000 Sterne das geht ja hier raus genau hier muss man sich so ein bisschen ducken und dann ist man hier draußen ne guckt Leute also hier mach mal die Taschenlampen bitte aus Taschenlampen aus so siehst du hier sieht man auch nochmal dieses grünliche Leuchten ich weiß gar nicht hier ist die Straße warte mal wenn man hier so ist mal gucken ein bisschen Wetter setzt wieder ne also von hier aus von hier aus erkennt man das wirklich nicht ne krass also Leute ich muss echt sagen das ist der Wahnsinn hier also ich hätte das nicht gedacht echt ein toller Raum also muss ich sagen das wird unser neuer Männerraum werden Leute also ihr könnts gerne ausprobieren ihr seht ja ich hab extra die Jungs mitgenommen hier wir können auch so blöder Weise einfach wieder hier hochlaufen was eigentlich gar keinen Sinn macht na also Lass uns wirklich also von uns wieder herlaufen äh ja wie gesagt also der mysteriöse Ort äh ist die ein Versteck in der Windmühle ist die Windmühle na also äh wir haben das erste Feature äh ein geheimes Feature schon entdeckt ich hab auch jetzt noch auf Youtube noch keinen gesehen der das gemacht hat also äh finde ich schon cool und ich hoffe es gefällt euch natürlich das Video wie gesagt könnt ihr natürlich ausprobieren auf welchem Port fällt 6 oben bei dieser Mühle und ich würde sagen äh wir halten nicht auf den Laufenden wenn wir noch einen geheimen Ort finden äh äh am überlegen das hat knapp ich werde meist abgestürzt wie gesagt vollmond also ihr müsst es natürlich nachts machen kommen die ganze Sache natürlich ein bisschen cooler und äh ich würde sagen wo seid ihr zwei denn ach ja da Moment na bleib doch mal da stehen Kevin geht zurück zu Toto die Kuscheln los damit man auch die zwei äh die zwei äh Gesichter nochmal sieht Kevin und Toto und wir verabschieden uns von der mysteriösen Sendung dann die 27 TV beim Toto natürlich und beim Kevin ich sage jetzt auch gute Nacht Leute wir haben schon 12.16 Uhr wo wir das jetzt aufgenommen haben wünsche euch eine gute Nacht wenn ihr das dann später guckt guten Tag guten Morgen guten Mittag was auch immer wir hören uns in unserem Stream bis dahin tschau 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 tschau